Willkommen zum allerletzten Mal, denke ich, ähm, oh oh. Ja, ich hätte den Stern gezogen. Willkommen zu meinem glorreichen Tod. Wir sind natürlich da am Endpost dran. Das habe ich natürlich auch nicht mehr gewusst. Ich habe das Sternenzepter. Ich kämpfe da gegen den anderen. Böse Stern oder so. Ich weiss nicht mal, wie er heisst. Hey, hey, hey. Easy bleiben. In diesem Fall hat der Boss auch eine Zeit mit. Die brauchen wir natürlich nicht, wenn wir nicht gerade Schnitt machen müssen. Und so. Und in dieser Folge nehmen wir den Stern jetzt auch. Bevor er wieder am Boden fällt. So einen sinnlosen, sinnvollen, sinnlosen Stern, den es zum Mond bringt. Oder zur Sonne. Und es geht weiter. Wir sind der Kirby und wir können auf einmal schnell rannen oder so. Okay. Was muss ich da machen? Aber? Okay. Das ist das, was wir heute nehmen. Okay, aber... Es geht jetzt... Ah... Er macht das Wand, lassen wir jetzt jetzt. Jetzt ist er in der Schaststelle. Man truffen, was kann ich? Ja, es ist toll. Ich sehe es jetzt ins Kini! Schau mal, er ist ins Kini an! Ah, herrlich! Das ist das Arsch und Gesicht! Stieb, du Arsch und Gesicht! Oh! Jetzt, jetzt, nein! Nein! Weg! Jetzt, Stier! Nicht ich! Ja! Das war es jetzt, oder? Sogenie! Sogenie! Okay! Boom! Ja, das ist der Mond! Kirby auf dem sinnvollen, sinnlosen Stern! Du, du, du! Du, du, du! Die Nightmare haben wir besiegt! Aha! Oh, herzig, da fliegt er. Der Dicke. Der König Nickerchen. Okay, er ist dem von einem Lieben. Jööö, herzig, ja, er ist spät, apropos süsser Traum, jetzt kann ich ja beruhigt träumen. Zum Spiel noch, mir hat es sehr gut gefallen, es ist eine Kindheitserinnung, einfach das Zeug wieder mal spielen. Und ich mag mich gar nicht mehr daran erinnern, tschüss Kirby, man sieht sich wieder. Ja, eben, ich mag mich gar nicht mehr so daran erinnern, tschüss. Ich mach da das andere, das ist ein bisschen leise, tschüss, tschüss. So. Ähm. Erinnerungen, es ist lässig, die wieder hochzulassen. Wichtig, mein Erzfeind seit Tausenden von Jahren, hat er vor sich hingelebt in dem Spiel, jetzt endlich habe ich ihn besiegt. Ja, das hat mich sehr gefreut. Falls ihr Ideen habt, oder Spielvorschläge, die ich jetzt spielen könnte, nur her damit, ich bin völlig unentschlossen, was ich solle machen. Minecraft wird einfach immer kommen. Nach Half-Life 1, noch Half-Life 2, aber eben genauso kurze Projekte habe ich auch gerne inzwischen. Ich lasse jetzt gleich nochmal alle Bosse durchlaufen, vielleicht will die noch jemanden sehen. Okay, ich werde aber nichts mehr dazu sagen, den Sound dann nochmal ein bisschen unterbrechen, also, ja, ich tue den Sound dann noch ein bisschen hoch und dann könnt ihr das noch als fertig schauen. Ich verabschiede mich, bis X19, ja, ich hoffe es hat Spass gemacht, mir auf jeden Fall. Und bis nächstes Mal, Peace! Und bis nächstes Mal, Peace! 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 Inshallah, die haben sich auf jeden Fall vorbereiten. aber die schaue ich dann selber mal an Peace